Habt ihr schon mal mit Tubes gefischt? Wir haben jetzt endlich den neuen Barschkeller am Start. Und zwar fürs Winterangeln, das Herbstangeln oder immer, wenn sie mal was anderes als nur die herkömmlichen Methoden wollen. Das Ganze könnt ihr ganz simpel am Jig-Hop fischen oder natürlich mit allen Finesse-Methoden, mit Dropshot, mit Carolina, mit Texas-Rig oder auch am Free-Rig. Super effektiv. Das Ganze ist geflavert, das macht die Barsche verrückt. Ich hoffe, ihr probiert das Ganze mal aus, denn wir haben schon im Prototypen-Test viele gute Erfahrungen gemacht. Und ich bin mir sicher, die Dinger hier werden noch besser liefern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.